Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück zu den Sims 4. Wir wollten ja das letzte Mal hier zu diesem Familienfest und dann ging ja gar nichts mehr. Kannst du jetzt hier was machen? Ja. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier rein? Müssen wir hier hin? Nee, das sieht nicht so aus. Naja, irgendwie. Kalender. Irgendwie. Da ist es. Zwischen 12 und 20 Uhr. Wie spät haben wir es? Laufen wir weg. Über das Festival lesen. Roche Wettbewerb. Freigebige Gespenster. Erstmal Pizza. Wo bist du denn? Pizza stand auf dem Festival. Ach da. Okay. Ja, das muss einem ja auch gesagt werden. So. Hier kann man was machen. Zusammensitzen. Nach Fröschen suchen. Ich suche mal nach Fröschen. Immer essen, ne? Nur am Fressen. Darum ist sie auch so fett. So wie ich. Ich bin auch nur am Fressen. Ja, genau. Erstmal reinhüpfen. Komm, fang den Frosch. Frosch den Fang. Ja, du musst. Okay. Jetzt steht sie blöd da und macht gar nichts. Wasser blöd darf stehen. Oh, jetzt. Okay. Ja, dann geh doch aufs Klo. Hier wird es doch irgendwo eine Toilette geben. Oder? Immer dasselbe, ne? Das ist so mein typisches Problem. Ich kenn das auch. Wenn ich irgendwo hinfahre, muss ich auch immer gucken. Gibt's da Toiletten? Oh, da kann man nicht mit rein ins Haus. Okay. Ich nehm mal an, das ist die Hütte von denen. Sie fühlt sich unwohl. Warum fühlt sie sich dann unwohl? Vom Frosch geküsst. Okay. Jetzt ist sie kokett. Beende alle Aktivitäten bevor du stehst. Vergesst nicht wieder zu kommen, wenn das faszinierende Inhalt stattfindet. Alles klar. Ach ja. Okay, okay. Du bist nicht so verliebt in BD, ne? Ach, sowas. Kannst du nicht glauben. Okay, okay. Du bist nicht so verliebt in BD, ne? Oh, er spielt Schach. Oh, die sind süß. Die sind so süß. Die sind so süß. Die Gespenster. Guck mal, wie niedlich. Aber da kann man nichts mitmachen. Leider. Kann ich jetzt was machen? Gespenst mit dem Gespenst plaudern. Ja, komm. Quatsch, das Gespenst war. Okay. Quaybar? Wer kennt nicht Quaybar? Ich bin ja zu jedem, auch zu Gespenstern. Da könnt ihr mal sehen. Siehste? Schon hat Schnauze voll und ist weg. Wo steckt denn der BD schon wieder? Es quatscht ja irgendwelche Leute an. Aha. Alles klar. Ja, das Festival ist ja jetzt vorbei, oder nicht? Dann kommen wir ja nach Hause. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir werden sehen, ob sich wieder aufbummelt oder... Meine läuft. Ja, meine läuft auch. Das hat sie ja eben auch gemacht. So, jetzt bin ich verschwunden. Okay, es lädt. Und... Ich werde kein Treimer gestellt. Ach, was ist immer. Ja. Ja. Du bist ja auch angekommen? Ja. Weil du musst die Dings lösen. Die Pause. So, ich... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja. Wo man hier auch Serien gucken. Filme ansehen. Kanal schauen. Kanal wechseln. Gibt es hier auch irgendwelche Sendungen, die meinen Film ansehen mit? Nimmst du das den Jenseits? Gemetzel im Mondlicht. Gemetzel im Mondlicht ansehen mit, bitte. So. Das sieht jetzt aber nicht so aus wie gemetzel im Mondlicht. Das sieht irgendwie aus wie ein Kung-Fu-Film. Ach, das war es schon? Okay, Indiana Jones? Oh, heiß! Ach nein, was hat er denn? Okay. Okay. Oh, jetzt haben sie eine geärgert, ist aber nicht nett. Es gibt jetzt die Quittung, wollen wir wetten? Ja, jetzt laufen sie da. Ach, Camping. Ist immer, ist immer gefährlich. Ah, siehst du, der Killerhase. Ich hab gesagt, da kommt noch was. Ärger niemanden. Oh, jetzt muss er pinkeln. Der stirbt, jetzt wollen wir wetten. Oh, da ist er, der Killerhase. Oh, mit der Kettensäge. Der Killerhase mit der Kettensäge. Das wird der Titel von dem Video hier. Oh nein. Lauf! Oh nein. Jetzt fällt er ins Wasser. Wette. Oh, wieder die Kettensäge. Oh, da liegt er auf dem Boden. Hat er Baut gemacht. Was ein Film. Herrlich. Wiss ich gar nicht, dass es sowas bei den Sims gibt. Aber gut. So, was essen? Das Essen auf dem Tisch sollten wir vielleicht nicht mehr unbedingt essen. Das ist irgendwie... Einmachen, kochen, Abendessen, Abendessen servieren. Mach mal Grillkäse. Jetzt stellt sie das nächste... Oh, diese Frau. Hier stinkt es überall rum, ne? Über so, ne? Weißt du... Ey, kannst du... Oh, nee. Und wer macht das wieder weg? Keiner. Schimpelt und dampft hier alles vor sich hin. Ja. 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 Ah, wieso fallen da immer Flaschen runter? Hm? Sind das diese Dinger, wo was drin ist? Ah, und da fällt immer was runter. Kochfähigkeit Level 4. Mach das einfach nur mal weg, so. Jetzt haben wir den Grillkäse. Wir haben aber keinen Platz hier Grillkäse zu essen, weil hier alles vor sich hin gammelt. Kannst du das mal aufräumen? Wie sieht das denn hier aus? Schau mal. Hier kam alles vor sich hin. Ja, Empathie gleich Null. Kann ich verstehen. Aber der hat schon wieder ein Bild verkauft für 247 $. Räumst du das jetzt auf? Ich hatte ja eigentlich den Auftrag gegeben. Wie schmackst du das hin? Damit du es auch räumst. Oh mein. Räum das auf. Nö. Ja, jetzt räumt er jetzt. Junge. Wir müssen jetzt mal an unserem Bild weiter arbeiten. Irgendwie wird das sonst nichts mit unserer Figurgemälde vorsetzen. Jetzt wird das echt nichts mit unserer Tierarztpraxis. Wir müssen da mal richtig an Knete kommen jetzt. Ich und dieses, ne? So, bist du fertig? Ja, bist du fertig. Leinwandrahmen. Verjaufen. Verjaufen. Zack. Ähm, was malen wir jetzt? Surreales. Ein Pop-Up-Gemälde. Wir ballern immer große Pop-Up-Gemälde hin. Ja komm, eins kannst du jetzt noch malen. Na los. Aha. Aha. Oje, schau mal. Schick, schick. Kutsi, kutsi. Ja, schick, schick. Ja, schick, schick. Du meinst einen Hund? Nein, eine Katze. Eine Katze mit dem Hund. Die sehen nicht so aus, als ob sie Freunde wären. Das ist fertig. Dann können wir jetzt auch verkaufen. 301 Dollar. So, leuchtet schon wieder was. Was leuchtet denn hier? Ja. Geht das schon wieder los mit diesem Kram hier? Ja, BD hat was gepostet. Aha. Na ja, Post. Glücksstory von der Reise. Ja, nein, hier kommen. Energiegeladene Stimmung, zack. Sim-Taggen, BD. Kokette Nachricht, zack. Ein bisschen Social Blade gemacht hier. Social Media. Oh, es ist Summer. It's Summer. It's Summer. Sim-Stagram. Newcomer. Ich bin ein Newcomer. Misato hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Er hat den ersten Ruhmpunkte erhalten. Mit Ruhmpunkten kannst du im Ruhminfo-Fenster Ruhm verteile erwerben. Verteilende Vorteile. Die Pinnwand ist voll. Ja. Dann sollte ich die mal löschen. Mach mal alles weg. Ja. Danke. So. Wir haben Ruhm, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt Fame. Versteht ihr? Grill anschmeißen, ja. Vorlieben und Abneigungen. Ravenwood. Da gibt es schon wieder ein Event. Aber da fahren wir jetzt nicht hin. Ja. Genau. Hunger und Stinken. Tut sie. Guck mal, der BD ist so gut zu uns. Der kocht immer lecker. Kannst du den Apfelmus mal wegräumen? Mach mal hin. So. Drei Schwestern, Chili. Mhm. Das knallt in der Hose. Ja. Das brennt zweimal. Einmal, wenn es reinkommt und einmal, wenn es wieder rauskommt. Ja. Ja. Keine Ahnung. Daher. Wie seltsam. Aber wieso sollte sie anders sein als ich? Ja. Und jetzt räumt sie es weg und isst es nicht mal. Sie schmeckt es nicht. Ein mathematisches Diagramm soll ich zeichnen. Na gut. Dann mache ich jetzt mal ein mathematisches Diagramm. Ja. Bei mir funktioniert es. Wieso? Als Maler. Okay. Du malst aber? Ja. Aber als Beruf als Maler funktioniert es nicht. Okay. Wieso? Förderung. Level 2 der Malerei erreichen. Ich bin schon Level 6. Dann Geschicklichkeit. Level 2. Habe ich auch schon fünf. Drei wilder Wunder. Jedes Mal mein Bild. Und nichts passiert. Ja. Das ist Superlinga. So. Wir malen. Eine mathematische Gleichung. Du malst schon wieder den Hund und die Katze. Ja. Ich male mal das selber. Dann kannst du es doch einfach kopieren. Nee. Kann ich schon, aber möchte ich nicht. Nein. Diese Handy sucht dies. Na? Na? Ich nehme mal gucken ins Handy. Könnte ich aber jetzt verpacken. Hm. 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 Ja. Ansehen. Ja. Sieh es dir mal an. Meine Aufgabe ist, zwei verschiedene Bilder anzupunkten. Aber es funktioniert nicht. Es ist ein Böbs. Ihm gefallen Böbs. Ist klar. Nööööö. Hm. Alles klar. So. Pfff. Kann Sammler verkaufen? Ich schupe es. So, jetzt kannst du schnell duschen gehen. Hopp, hopp unter die Dusche, du stinker. Nein, wir wollen kein Techtelmechel unter der Dusche machen. Verborgener Lebensstil im Einzelnen. Okay. Aha. Oh, na, macht er. Knutschi, knutschi. Surreales Bild, bitte. Ja, mach mal ein großes. So, in knapp 20 Sekunden ist das Video sowieso schon wieder vorbei. Ja, ja, ja. Du meinst auch Hase. Das ist bestimmt auch ein Hase mit, der Killerhase mit der Kettensäge. Okay. Der Timer hat geklingelt, das heißt, das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und euch war der Film nicht zu gruselig. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.